Ich habe bis jetzt Upcycling, Spa und Mikroplastik und morgen habe ich Verkehrsalz und mein Ziel ist einfach Spass zu haben. Und du Silvan? Ja, mein Ziel ist auch Spass zu haben und auch daraus zu lernen. Also Upcycling aus verschiedenen Geräten etwas herstellen und wir haben halt schon etwas gemacht. Es macht sehr Spass. Ja. Es geht einfach, man ist einfach da gerade kreativ und viele Ideen. Dass man auch mit Freunden zusammen ist und dass man sehr Spass hat. Eigentlich nichts. Okay. Ja, Seele. Ja, Seele. Ja, hier. Nein, einfach. Das ist sehr cool. Das ist sehr cool und Spass macht. Ja.